Unser Hof, ja der steht hart am Glätscherrand. Zwar schon immer so, zwar schon immer so. Jeden Abend geht bei uns der Vorhang auf. Zwar schon immer so, ja so. Also ich spiel den Buben in dem Stück Theatertreffen, ein Singenspiel aus den Alpen. Ich spiel einen Hund, ich spiel ein Schwein, ich spiel einen Hund, ich spiel eine Kuh und ich spiel auch einen Hirschen oder einen Elch oder ein Rentier. Nee, aber eher ein Hirsch, doch. Die Alpen, da gibt's Hirsche. Ich liebe Tiere. Ich wünsch dir nur, sie hätten ein bisschen mehr Text. Es ist eigentlich eine ganz archaische Geschichte von einem Sohn, der eine Ahnung von einer anderen Welt hat und durch eine Verführung dazu veranlasst wird, auch dieser Ahnung nachzugehen. Und er glaubt, dass seine Familie ihn lebt, aber er verstoßen wird und er zum Schluss irgendwie mit neuer Energie oder mit neuen Visionen als wiedergefundener Sohn zurückkommt. Der Bub ist in einen Orchestergraben gefallen. Nachbuch, das war ja nicht so. Thea, zetreffen, Thea, zetreffen, da sollten wir alle mal hin. Ja, hin zum Thea, zetreffen, Thea, zetreffen, danach steht mir immer der Sinn, der Sinn. Da spielen sie Theater für groß und für klein, da lassen sie Reiche und Arme hinein. Da gibt es was Neues, da gibt es auch Altes und dann am Buffet gepasst, warmes und kaltes. Thea, zetreffen, Thea, zetreffen, da sollten wir alle mal hin. Ja, hin zum Thea, zetreffen, Thea, zetreffen, danach steht mir immer der Sinn, der Sinn. Nur eins noch, der vorverkauft, der ist ein Muss, denn sonst bleibt ein draußen Schluss. Ja! 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 Ja!